Warte, mach nochmal. Warte, nochmal. Was machst du? Ja, ich glaube, ich habe den Fehler. Was? Die lassen zwei Kolben gleichzeitig arbeiten, deshalb geht es nicht. Verstehst? Welche zwei denn? Der untere bei dem grünen und der hier oben. Die lassen die gleichzeitig arbeiten. Ich mache das jetzt so. Ups, jetzt gehen wir nochmal rüber. Warte, 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 bevor du was drückst. Okay. Na, mein, das geht immer noch nicht. Ist ja nicht. Weil das vielleicht da dran liegt, der Kolben von unten nicht angeschlossen ist. Doch. Der ist durch das hier angeschlossen. Sicher? Ja. Wenn du willst, kann ich nochmal extra anschließen. Oh, man. Ja, aber ich glaube echt, dass es daran liegt, dass wir unter Umständen eine andere Minecraft-Version haben. Ja, dann machen wir es halt richtig. Klick mal nochmal. Jetzt bewegt es sich, ja. Also, geh rüber. Wie machen wir das dann jetzt? Warum? Ja, also, was war's? Äh, warte. Rot. Gelb. Okay, weiter. Jetzt geht's wieder nicht. Willst du mich verarschen? Alter, ohne Spaß. Jetzt hast du den Kolben kaputt gemacht. No. Oh. 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 Ich kann dir auch genau sagen. Oh, lol. Ey, ohne Spaß jetzt. Jetzt. Kann ich sogar besser. Redstone Machine Bone, ja? Okay, warte jetzt nochmal. Rot-Gelb. Rot-Gelb. Grün. Rot-Gelb. Grün-Blau. Alles klar, war der Musik kurz rein. Rot-Gelb. Grün-Blau. Ja. Vielleicht muss ich da drauf stehen bleiben, auf der... Achso. Rot. Gelb. Lol, warte, drück mal Rot. Ja, guck mal. Fail. Lol. WTF? Hast du gedrückt? Ja. Okay. Okay. Was ist denn das jetzt? Das ist Antivira, ey. Leck mich hier, ja. Okay, warte. Was ist das jetzt? Hast du irgendwas zu sagen? Okay, da ist Wasser. Da ist Wasser. Und da ist nix. Ich drücke jetzt erstmal was. Hä, warte. Wasser. Nix. Wasser, okay. Okay. Hä, bei mir ist hinten nichts. Ja, bei mir ist hier nix. Okay. Doch, bei dir ist überall was. Hä, doch, bei mir ist überall was. Hä, doch, bei mir ist überall was. Oh lol, bei mir ist auch. Hä? Nix. Hä? Ich drücke einfach mal was. Okay, warte, okay, okay. Drück mal ganz links. Hat sie was getan? Ja, sehr gut, Yannis. Leute! Alter, hab ich mich erschrocken. Yannis, du musst... Okay, bist du auch unten? Ja, ja. Alter, hat der mich erschrockt. Mann, bin ich geil. Okay, sorry to interrupt. What did your test so suden? So, but, wow. This is a huge success. I should call your parents to tell them... ...how well you are doing these tests. But, I'm not going to do that because I want more testing. I think I should remove the glass wall. Ah, so glass wall? Between you, and the clone to make the test more complicated. Also, ich sollte ein schönes Ne... äh, neues Item für die Tests, um mit zu spielen, aber wo habe ich es gehalten? Oh, gut, wir bringen dich mit dem Klonen zuerst, aber nicht den Klonen zu viel, bitte. Okay. Hallo. Servus. Oh, Alter. Hallo! Okay, warte, was steht hier? Let there be lighted... Lol. Was hast du gemacht? Nix. Okay. God, I was... Brainless Subject 1 und Brainless Subject 2. Okay. For God's sake! What... What are you loll... Lolli gagging? Round 4. Let's get that item I promised you. Step in and press the button. Okay, bin ich wieder eins oder? Oh, oh. Je-haw! Lol, 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 lol. Okay. Äh... Was war das für crazy shit grad? Ich hab mich grad voll erschrocken, wo es nach oben geht. This way, please. Okay, was ist hier? Hier. Was ist das? Ah, hier geht's runter. Was soll das sein? Oh, lol. It's... It's me! It's me, Mario! Hey, bist du da runter? Hey, ich kann da nicht runter. Aber hier. Lol. It's me! Mario! Okay. Alter, ich hänge in der Spinnwebe drin. Okay, warte, hier ist was. Was soll das sein? Kannst du da was erkennen? Oh, was ist hier? Okay, Lava. Da? Ich erkenne nix. Wo? Ich klatsch jetzt erstmal hoch. Alter, wie weit geht's denn hier bitte nach oben? Oh, hier ist eine Tür offen. Wo? Cake Store. Okay, geh mal hier. Ich glaub, wir sollen hier rein, oder? Und Items Storage. Hier it is. This way. Okay, warte. Hier ist nix drin. Was ist da hinten drin überall? Da ist nix. Und was ist da? Auch nix? Hä? Geh einfach durch. Warte, was steht hier? Sorry for the mess. Okay, wir sollen hier durch, oder? Ja, hab ich das Gefühl. Lol. Ja, das fällt auf der gleiche Trick rein wie ich. Ja, das hat man am Anfang gar nicht. Okay, was ist denn das hier? Ah, hier gibt es immer. Okay. Ah, it's over there. Ja. I'm dangerous to go together. So take it. Ja. Hä, bist du schon da oben? Ja. Was war da drin? Feuerzeug. Okay. Ich glaub, wir dürfen Wolle anbrennen. Ja, glaub ich auch. Aber ich glaub, ich hab grad's falsch angefackelt. Ist das Wolle? Ja, ja, Wolle. Alter. Oh. Oh. Guck, warum setzt jetzt das neben die Wolle? Ist egal, ist egal, jetzt ist weg. Okay. Now, let's go back to testing. Step... Wow. Step in so that I can bring you to the more complicated test I just made. Okay. Du hast noch Glas in der Hand irgendwie, glaub ich. Ja, von vorher. Okay, 3, 2, 1. Lol. Okay. Los geht's. Hä, Test 1? Wir waren doch schon bei Test 1. Well, hier ist es. Test 1. Don't you like to look of it? I made it with a dedication and perfection, but you probably don't care about that.